Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klembau-Steinbaus. Und ihr kennt ja sicher noch die Videos vom Toyota GT1 und Hans-Mazda RX-7 aus Tokio Drift. Aus dieser Sembo Famous-Car-Reihe habe ich nochmal was für euch mitgebracht. Und zwar den McLaren 720S von Sembo. Und ja, ihr schreit jetzt vielleicht auf, denn den gibt es auch von Lego. Aber ich kenne beide Sets und bis auf das reale Vorbild logischerweise unterscheiden sie sich super stark. Es ist keine Kopie und es ist nicht mal an das Lego-Set angelehnt. Das Aussehen und der Bau ist wirklich völlig verschieden. Der Hersteller ist wie gesagt Sembo, es sind 170 Teile und ich habe es mal wieder aus China importiert. Vorab mal ein Wort zum Preis, denn wir sind hier, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht so spektakulär aussieht, bei 7 Euro. Mit allem dabei. Da ist der Zoll drin, der Versand drin, es ist der Endpreis. Und das ist halt einfach wie bei den anderen Sembo-Cars echt eine Kampfansage. Aber schauen wir uns zunächst mal wieder die Anleitung an. Und wenn ihr das Ganze auspackt, ist in der Anleitung als erstes dieser Stickerbogen. Über den reden wir gleich noch. Und natürlich wie bei diesen Sembo Famous-Cars für übliche Auffaltanleitung. Das ist nicht das Hochwertigste. Die Darstellungen sind trotzdem wirklich in Ordnung und man kann danach bauen. Und hier muss man dann halt wirklich sagen, bei dieser Sembo 607016, wie gesagt, es kostet 7 Euro, dass da eine Auffaltanleitung dabei ist, ist jetzt kein riesen Minuspunkt. Ansonsten wird hier nichts ausgegraut, es wird alles in Vollfarbe dargestellt und was neu gebaut wird, wird mit roten Pfeilen symbolisiert oder so rot umrandet. Eine Teileliste gibt es in der gesamten Anleitung leider keine. Und wir haben insgesamt, bis das Fahrzeug fertig ist, 27 Bauschritte. Und ich muss sagen, 27 Bauschritte war eigentlich eine recht angenehme Zahl auf die Teileanzahl. Wenn wir ansonsten über den Bau reden, muss man sagen, der Bau war fehlerfrei. Wir hatten keine Fehlteile, keine schlechten Darstellungen in der Anleitung und die Konstruktion an sich ist durchdacht und stabil. Es ist nichts Weltbewegendes, aber es fällt hier auch nichts ab. Das Ganze ist zum Spielen geeignet, auch wenn es wahrscheinlich bei den meisten Leuten eher im Regal landen wird. Man hat auf jeden Fall beim Bau damit Spaß. Was mir persönlich nur den Bau verhagelt hätte, ist, wenn ich diese Sticker hier aufgeklebt hätte. Das ging mir ja aber bei den Sambo Famous Cars sowieso immer so. Und hier ist es so, dass das Fahrzeug auch ohne die Sticker noch in Ordnung aussieht. Natürlich wäre es schöner, wenn wir die Leuchten hätten und auch den hinteren Stoßfänger und so ein paar McLaren Details drauf. Aber das Fahrzeug sieht halt so auch in Ordnung aus und ist auch noch erkennbar, was es sein sollte. Das ist nicht wie beim LMP1 Porsche, der halt ohne Sticker nach nichts aussah. Wenn wir über die Teilequalität reden, dann ist die Scheibe leicht getönt, ist aber wirklich schön trans-clear und eben nicht sehr milchig, ist halt leider relativ stark verkratzt. Die Farbe und vor allen Dingen Farbteuer, aber der grünen Teile ist wirklich richtig, richtig gut und die Teile sehen auch wirklich hochwertig aus. Die anderen Teile sind auch viel, viel weniger zerkratzt als die Scheibe. Und wenn wir über die Teilequalität vom Bau und der Klemmkraft reden, dann ist die wirklich spitze. Ich meine, wir alle kennen Sembo-Teile. Mit den Teilen hat sie es sehr gut bauen lassen. Sie fassen sich gut an, sie halten, wie gesagt, also man kann damit auch ein bisschen wilder spielen. Da fällt nichts ab, das fällt nicht auseinander. Die Teile stehen von der Klemmkraft-Lego wirklich in nichts nach. Wenn wir dann über die Funktion reden, sind wir relativ schnell fertig, weil es kann fahren. Natürlich hat es keine Lenkung, völlig logisch, aber es fährt gut und hat wirklich wenig Widerstand. Also der rollt wirklich gut hier durch die Gegend. Ebenfalls kann man das Cockpit abnehmen und dann eben da die Figur reinsetzen. Apropos Figur. Die Figur ist wirklich in Ordnung. Sie sieht nur recht leer aus. Ich meine, die Beine sind nicht bedruckt, nur der Oberkörper ist bedruckt und der Rücken ist bedruckt. Das ist aber auch noch sehr spärlich und wir haben halt so einen schwarzen Standardhelm. Einen Rennanzug stelle ich mir einfach anders vor. Trotzdem, wer sie vom Aussehen mag, die Beine und die Arme sind wirklich gut. Sie sind relativ straff, also da könnte man fast ein bisschen Probleme haben vom Spielen. Die fallen aber auf jeden Fall nicht ab und wobbeln nicht rum. Und das ist alles im Rahmen und sehr gut bespielbar. Auch wenn es, wie gesagt, eher ein Display-Set ist. Und die letzte Funktion möchte ich euch natürlich nicht verschweigen. Das hier ist natürlich drehbar. Ist jetzt nicht das weltbewegende, aber es ist natürlich auch cool, wenn man sowas als Zuhörer mit dabei hat. Zum Thema Breite. Das war ja mal eine relativ große Diskussion. Und zwar als Lego von der 6-Noppen-Breite, wie dieses Set hier, auf die 8-Noppen-Breite bei den Speed Champions umgestiegen ist. Und ich möchte es wirklich sagen, mir gefällt beides. So ein 6-Noppen-Breites-Fahrzeug ist halt nochmal ein Stückchen billiger. Es ist trotzdem vom Aussehen, finde ich, und vom Detailgrad ganz gut getroffen. Wirkt halt nur ein ganz klein wenig klobig, was halt daran liegt, dass man es natürlich dann auch kleiner baut, wenn es nur 6-Noppen-Breite ist. Aber man erkennt hier auf jeden Fall den McLaren. Die Lego-Variante mit 8-Noppen-Breite ist natürlich dann nochmal ein bisschen detaillierter, aber auch preislich nochmal in einer ganz anderen Liga. Und es sind halt auch gewissermaßen zwei verschiedene Einsatzgebiete, weil dieses Fahrzeug hier hat mit 6-Noppen halt auch die perfekte City-Breite, wo man mit den Lego 8-Noppen-Breiten halt nichts mehr anfangen kann. Psch, vor allen Dingen nicht auf den blöden neuen Straßenplatten, aber verratet das bitte niemand. Hier entscheidet ihr einfach selber, was ihr für euch besser findet. Und auch wenn er mir vom Grunddesign wirklich gefällt, würde er natürlich mit Drucken oder den Stickern ordentlich aufgeklebt nochmal ein ganzes Stück besser aussehen. Und das ist halt neben der billig wirkenden Anleitung in Anführungsstrichen auch mit der Hauptkritik Punkt, weil wir haben hier halt diesen Stickerbogen. Und das ist schade für solche Liebhabersets, die dann im Endeffekt im Normalfall im Regal landen. Wir kennen das halt schon von Sembo, aber man muss halt auch über den Preis reden. 7 Euro ist eine Ansage und dann sind halt die Sticker dabei. Ich würde aber lieber 1 Euro oder sogar 2 Euro mehr bezahlen für einen oder anderen Druck. Es müsste ja nicht alles gedruckt sein, aber wenn vielleicht wenigstens die Rückleuchten und ein paar Logos gedruckt werden, wäre ich damit doch schon viel zufriedener. Aber bis auf den Stickerbogen und die etwas billige Anleitung haben wir hier wirklich ein tolles Set. Und vor allen Dingen für den schmalen Geldbeutel. Deshalb gibt es auch hier eine klare Kaufempfehlung. Ich werde es euch mal auf AliExpress verlinken. Ihr könnt es gerne selbst importieren. Ich hatte damit noch nie Probleme gehabt. Wenn ihr natürlich dieses Set hier selber besitzt, dann schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Kann es sein, ihr habt auch ganz andere Erfahrungen gemacht als ich. Und ihr könnt gerne dem Video einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Haut rein. Oh ja. Verläubrig.